Mian, ich bin's wieder, Kizunai Haram, hier mit meinem Let's Play von The Drastic Man Epic. Wie man sehen kann, bin ich in einen der etwas älteren Level wieder zurückgekehrt, weil ich herausgefunden habe, was es jetzt mit diesem Helm in diesem Level auf sich hat. Okay. Aber erstmal decken wir ein kleines Secret auf. Okay, einmal das, einmal zweimal regnen lassen, ich glaube ein Blitz, genau, und nochmal regnen lassen. Und es öffnet sich ein kleiner geheimer Weg. Hey, Kumpel! Wir haben nämlich hier diesen, den Typie da jetzt gesehen. Was der jetzt genau bringt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Achievement, wenn man alle von denen findet. Auf jeden Fall, den da gibt's. Okay. Irgendwo hier... Da ist ein bisschen Dynamit. Und da ist etwas, das für unsere Begierde ist. Ein neuer Stift. So, nur wie kommen wir jetzt darüber? War das jetzt dadurch? Das ist wiederum, wo ich das nachgeguckt habe, wiederum etwa ein Weilchen wieder her. Vielleicht eine Woche oder so. Und mein Gedächtnis ist ziemlich schlecht. Und zack. Alles nur für diesen Helden. Dieser Stift, habe ich nämlich herausgefunden, ist ultra praktisch. Also wenn wir den finden würden... Ah, da! Da sieht man, hat sich wirklich was getan. Okay. Bitte noch ein bisschen mehr regnen. Danke. Dahin wollen wir nämlich. Oh. Meins! Benutzung des Rüstungsstifts. Zeichne Rüstung an deinen Charakter für extra Schutz gegen Feinde. Da habt ihr's. Nutzen wir das doch gleich. Das sieht mir jetzt... Ziemlich komisch aus, aber... Egal. Hauptsache, ich hab'n Schutz. So. Und mit diesem extra Schutz gehen wir jetzt nochmal in dieses eine Level zurück. Wo ich ja beim letzten Mal stecken geblieben bin. Ich meine, jetzt steht uns nix mehr im Weg. Und ich hab' noch einen extra Schutz. For Damage. Na komm'. Na komm'. Wir nehmen das... Ich sagte, wir nehmen das an uns. Hallo. Hm. Wird nix draus. Puh. Brizeln den noch mal. Machen die Tür auf und sind weg. Was ja nicht... Das hat mir nicht so lange gedauert. Das ist schön. So. Das war's. Das war hier jetzt. Das Drachenomlet. Oder? Jo. Das war's doch. So, hier da drüben haben wir schon den Farbkumpel wiedergefunden. Oh, ein Bunny. So, hier war nix. Ich sollte vielleicht auch die Rüstung benutzen. So. So, bin ich nicht hübsch. So, wir wollen nämlich, ähm, genau, jetzt weiß ich's wieder. Wir brauchen einmal die Axt, um da drüber zu kommen, zu diesem Puzzleteil. Puzzleteil. Einmal hier den Baum ansägen. Ich glaub, den da. Nein, nicht den Busch. So, dass eine Brücke entsteht. Jetzt gehört das Teil uns. Jawoll. So ist sie doch schön. Einmal hier da zeichnen. Ein Schlüssel. Wir nehmen zuerst den Schlüssel an uns. Schließen die Tür auf. Machen wir den erst mal kaputt. So, dass er rauskommt. Aha, der greift meine Rüstung an. Aha. Na kommt, tötet euch gegenseitig. Ich warte nur darauf. Sehr schön. Ach man, warum hab ich das mit der Rüstung erst so spät erfahren? Oh man, das hat mir das Spiel so einiges vereinfacht. Oh man. Naja. Auch gut. Dann weiß ich's jetzt. Na kommt, tötet euch. Tötet euch. Erstmal sich gegenseitig kaputt kloppen. Wieso die Assis? Was war hier? Ach ja. Hier waren die Spinis. Ey. Ich wollte schon sagen. Zwing mich nicht, dich auch zu Fritzel blitzen. Wie sich das anhört. Oh, ich sollte vielleicht da ein bisschen Regen spielen. Mit ins Spiel bringen. Genau. Der wird freigesprengt. So, wo ist der eine Drache? Da bist wir. Meer? Geh mal zu deinem blauen Freund da. Hey. Das despawnt. Sack. Genau. Geh auf meine Rüstung. So ist es gut. Ey, fangt schon an, euch gegenseitig zu kloppen. Hm. Ich warte nur darauf. Geht doch. So, jetzt muss ich hier diesen Balken ansägen. Durfte ich alles nachgucken, weil ich sonst nicht drauf gekommen bin. Ich wusste, dass es irgendetwas mit der Brücke war. Ja, aber jetzt weiß ich es ja zum Glück. Okay, wieder ein paar Spinnis. Ich wollte schon sagen, du auch. So, ich glaube, das war's. Schön. Zapsfestung. Jawohl. Dann können wir endlich mal da hin. Oh, ist das schön. Ja. Progressive. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ja schon das letzte Level hier auf dieser Seite. Hm. Wo bin ich denn jetzt? Kann ich das? Nee, so geht's nicht. Hm. Da ist es doch einfacher, das anzukurbeln. Was ist das denn? Bitte schön für eine Flüssigkeit. WTF? Oh, ich sollte vielleicht hier mir wieder die Rüstung anmalen. Genau. Okay. Da ist ein Blitzsymbol. Soll heißt es nicht, ich soll den Kritzeln blitzen? Und Tatsache, es hat sich da was getan. Kann ich denn nicht durch diese Tür da? Und das ist wahrscheinlich irgendwie eine Art Secret, was ich hier jetzt aufgespringt habe. What the fuck? Minen? Es gibt hier fucking Minen. Wow. Da hat selbst meine super Rüstung keine Chance. Na gut. Alter, wer recht hat denn mit sowas? So, jetzt will ich aber erst recht gucken, was es hier so gibt. Die Neugier. Einfach vorsichtig. Kann ich vielleicht irgendwie die Minen auslösen? Einfach mal so aus Neugier. Hm. Anscheinend nicht. Na gut. Einfach vorsichtig. Hm. Oder auch nicht. Vielleicht soll ich später nochmal rüberkommen, wenn ich ein bisschen sicherer bin. Oder? Moment. Das bringt irgendwie nichts. Oder? Nö. Das bringt einen Scheiß. Hm. Hm. Mysteriös, mysteriös. Ach komm. Ich kann so vielleicht gucken, welche von denen nun eine Mine ist und was nicht. Scheinbar ja. Das war auf jeden Fall einer. Da bin ich hier. Das ist eine. Okay. Hm. Das? Ist keine. Das ist eine. Das ist ein... Aber eine. Das ist auch eine. What the fuck? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sind alles Minen. Okay. Das ist auch eine. Und das. Das, 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 das. Und nicht zu vergessen, das. Okay. Das ist aber wiederum keine. Hm. Versteckspiel mit Minen. Gefällt mir. Gut ausgedacht. Ähm. Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal einige anguckele, die schon gedingst, ja. Okay. Andere Frage. Ist das eine? Das ist keine. Ja, ja, ich komme jetzt! Äh, ich muss mal eben Pause machen. Wir sehen uns gleich. So, das war jetzt eine etwas längere Pause. So, vielleicht eine Stunde oder so. Deshalb weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich lang zu gehen habe. Also, sorry, wenn ich jetzt hier nochmal alles in Flammen hochgehen lasse. Okay. Okay. Hier rauf. Gut. So, wie muss ich jetzt weiter gehen? BZW, was ist hier? Okay. Hier ist nicht mal was. Also, lohnt sich nicht. Ähm. Das war mit einer Mine. Ähm. So. So. Das musste aber frei sein. Genau. So. Und hier? Ist auch frei. Und durch diese Aktion werde ich mit einem Puzzleteil belohnt. Yes. Yes, Bitch. Ha. Ha. Der Geruch von Erfolg. So, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück gehen. Na? Das war doch... Das war doch... Die waren doch sicher. Ja, die waren sicher. Geil wäre es nämlich schon, wenn ich auch heile aus diesem Minenfeld wieder rauskomme. So, das war ja so. Und so. Äh. Jo, der war sicher. Ich hab erstmal den Scheiß angeguckt heute, einfach weil ich's kann. Ähm. Ich hab ja jetzt noch sicher. Mal eben... Ein bisschen weggehen. Jo, der war auch sicher. Der war doch meines Erachtens auch sicher. Jo. Gut, dann... Bin ich erfolgreich aus dem Minenfeld wieder raus. Und ich muss da nicht nochmal rein. Sehr schön. Dann kann ich jetzt auch hier... An dieser Stelle wieder den Part... Jetzt richtig beenden. Egal ob Positiv oder Negativ Bewertung. Immer gern gesehen. Das war's von meiner Seite. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. Bis zum nächsten Mal.